Mahlzeit zusammen. Herzlich willkommen auf der verhangenen Wolkeninsel. Lass mich, hallo, guten Tag. Ich möchte, dass du zuerst mal diesen Himmel treibst. Das ist ja wow. Toller Himmel. Wirklich ein toller Himmel. Eigentlich sage ich ja immer auf der Sonneninsel Gran Canaria. Nur die Sonne hat sich heute etwas versteckt. Dafür sind wieder mal all diese Seidenreiher hier in diesem Jahr mehrfach unterwegs hier in unseren Grünanlagen. Zum allerersten Mal finden wir diese weißen, hübschen Vögel hier in Maspalomas. Sonst worauf? Die haben wir sonst am Chaka gesehen, wenn man Richtung Leuchtturm unterwegs ist. Da gibt es ja den kleinen See vor dem Atlantik. Und da gab es die hin und wieder mal zu sehen. Aber auch nicht in der Anzahl, in der wir sie hier jetzt haben. Ja, wir haben die schon mal gezeigt. Und mir hat übrigens noch niemand die Frage beantwortet, warum die alle da sind. Das weiß ich bis dato nicht. Irgendjemand wird das wissen, wie immer. Wir haben immer irgendjemanden unter euch, der das weiß. Aber ich glaube, wir haben die Fragen schon mal gestellt und keine Antwort bekommen. Aber vielleicht jetzt. Man muss die Menschen auch penetrieren. So heißt, glaube ich, das Fachwort dafür. Das Fachwort. Boah, ist der Himmel dunkelgrau und regent verhangend. Da kommt auch was raus. Gestern waren wir ja auch unterwegs. Es hat geregnet. Auch als wir von San Mateo wieder kamen. Aus den Bergen im Norden der Insel hat es hier in Maspalomas tatsächlich noch ein paar Tropfen gegeben. Ich darf aber nicht vergessen zu erzählen, dass wir auch 27 Grad haben. Also es ist schon, puh, ordentlich warm. Und wie gesagt, dieses Wetter ist für mich ein Phänomen. Das habe ich so noch nicht erlebt. So zwei Tage hinterher. Und so einen grauen Himmel kann ich auch gar nicht erinnern. Es ist, als hätte jemand auf den Knopf gedrückt und gesagt, okay, jetzt ist der Sommer vorbei. Jetzt schalte ich mal auf Herbst und jetzt gibt es eine kleine Rummel-Übergangskomisch-Phase. Und vielleicht ist ab morgen Herbst. Das kann natürlich sein. Herbst bedeutet ja blauer Himmel, Sonnenschein, 25 Grad. Ja, wir sprechen hier nicht vom Indian-Summer, von der Laubserbung. Und das ist ja die Lieblingsjahreszeit von vielen, vielen Menschen, die jetzt ja auch alle wieder hierher kommen, weil sie vor dem komischen Wetter in Deutschland-Europa fliehen möchten. Obwohl jetzt ist ja eigentlich noch nicht so die Zeit, wo wir wirklich das urselige Wetter haben. Das fängt ja erst im November meistens erst an. Aber viele nutzen dann das wunderbare Klima hier auf den Kanarischen Inseln. Ja, du hast recht. Also alle, die hier letztendlich Eigentum auch besitzen oder Langzeit-Urlaube verbringen, die über Monate gehen, die fallen so langsam wieder auf der Insel ein. Ja. So, und jetzt möchte ich nochmal, jetzt können alle diejenigen, die mit Technik nichts am Hut haben, vorspulen. Da haben wir ja ein paar von, die sagen, oh, gehen wir an Land mit Technik. Ich habe auch gerade auch. Das Video heute dient auch in allererster Linie dazu, um zu gucken, ob die Technik mit dem Ton jetzt funktioniert. Ich will euch ganz kurz was zeigen. Das sieht aus, als hätte ich da mal nicht im Meer davor dabei. Es sieht aus, als hätte ich hier eine tickende Zeitbombe im Auto mit dabei. Ja, das bist du. Und ich will euch mal eins sagen. Ich habe gestern Abend rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert. Und wo ist das hier, was will ich euch zeigen? Genau. Dieses eine, das hier. Dieses Kabel, das Silberne hier. Mit dem ist es jetzt möglich, den Ton direkt in die Kamera zu speisen. Das steht aber nirgendwo. Das erklärt auch niemand. Das war alles von mir selbst erarbeitet. Ausgetüftelt, da bin ich immer gespannt. Und ich bin sehr gespannt, ob ich das richtig ausgetüftelt habe. Ob der Ton jetzt direkt in die Kamera reingeht mit Hilfe dieses einen Kabels. Ich kann die Sonnenbrille mal abnehmen, bis zu dunkel draußen. Na, ich finde das Wetter ist schon noch so, dass man eine Sonnenbrille aufhaben kann. Ne, ist viel schöner ohne gerade. Ja, aber es sieht doch viel cooler aus. Also wie bei den Blues Brothers. Wir sind ja auch so ein bisschen wie die Blues Brothers. Im Namen des Herrn unterwegs. Wir sind immer im Namen des Herrn unterwegs. Und wir fahren das neue Ulz-Mobil. Ne, Quatsch. Wir fahren ja gar kein Ulz-Mobil. Ich filme ja gerade ein. Wir fahren ja einen Skoda. Stefan, die Hitze des Sommers ist tatsächlich, glaube ich, auch langfristig zu Kopf gestiegen. Es ist ja auch so. Es hat einige Schäden genommen. Wenn diese Kamera zu lange der Hitze ausgesetzt ist, dann geht die ja aus. Und genauso ist es in meinem Kopf auch. Ich bin mit dieser Kamera seelenverwandt. Ne? Ja, aber das so nebenbei. Natürlich hat dieses Video auch noch einen anderen Sinn. Nämlich den Sinn, wir haben uns überlegt, da wir ja beide so ein bisschen medikamentenabhängig sind. Mittlerweile brauchen wir was gegen Bluthochdruck und was weiß ich denn alles. Wir sind in dem Alter, wo man auch wieder zu Weihnachten und zum Geburtstag Geschenke machen kann. Zum Beispiel Pillenboxen. So Pillenboxen mit Strass, mit Glitzer. Ja, bloß auch. Oder bei mir vielleicht irgendwas anderes. Und da gibt es ja auch mittlerweile sehr, sehr viele Varianten, die man käuflich erwerben kann. Gibt es bestimmt auch hier beim Pinesen. Gibt es bestimmt auch hier beim Pinesen. Da sind so viele Leute unseres Alters unterwegs. Ja. Meine aktuelle Pillenbox ist ja auch vom Chinesen. Ja. Meine glaube ich auch. Oder aus dem 1-Euro-Laden. So, auf jeden Fall ist es so. Wie ist es eigentlich, wenn man Medikamente benötigt? Wie zum Beispiel Menschen in unserem Alter sind häufig dabei, dass die Blutdruckpräparate benötigen. Unterschiedliche Präparate auch in unterschiedlicher Anzahl. Und bei mir persönlich ist es so, ich kann natürlich nur von meiner Situation sprechen. Wenn wir hier Medikamente in den Apotheken kaufen, dann kaufen wir sie ja quasi privat. Weil wir ja in Deutschland krankenversichert sind. Und ich habe das mal verglichen, wenn ich die gleichen Präparate oder sagt man dieselben, also die mit dem gleichen Wirkstoff in Deutschland kauft, habe ich den Flug, je nachdem mit wieviel Medikamenten ich mich versorge, habe ich den Flug nach Hamburg raus und manchmal auch wieder den zurück. Ich finde das ja viel spektakulärer. Das geht gar nicht darum, dass man Medikamente günstiger oder teurer bezahlt, sondern es geht darum, dass man hier in Deutschland wirklich heftig verschreibungspflichtige Medikamente einfach so in jeder Apotheke bekommt. Das ist noch ein zusätzlicher Vorteil. Auch in jeder Dosis. Ich weiß nicht, ob das so ein Vorteil ist. Also und es gibt auch Medikamente, ne die gibt es auch in Deutschland, aber wie gesagt verschreibungspflichtig. Ich bin extrem herpesanfällig, also Lippenherpes mit zu viel Sonneneinstrahlung, wobei ich immer so einen 50er Lichtschutz auf den Lippen habe. Aber trotz alledem, die Jahre, die wir jetzt immer mal hier verbringen, habe ich schon wieder mit diesem Mist zu tun. Und wer Herpes kennt, der weiß, wie unangenehm und eklig das sein kann und wie das das Immunsystem auch schwächt. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und hier habe ich jetzt Tabletten entdeckt, hat mir jemand empfohlen. Also es gibt ja auch Tabletten. Du musst nicht immer diese komische Zervirax Salbe oder diese Pflaster nehmen. Ich nehme jetzt diese Tabletten, die ich hier nicht verschreibungspflichtig bekomme. Die helfen wie Bolle. Also dieser Herpes bricht erst gar nicht aus. Er ist zwar da, weil ich ihn merke, aber es ist nicht so ein ekliges äußerliches Gefühl, das man hat, wenn man diese Lippen ein bisschen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin so froh, dieses Zeugs hier nehmen zu dürfen. Möchte aber tatsächlich in Deutschland, wenn wir da sind, da habe ich ja einen Termin zum Durchchecken bei meiner Hausärztin, die mich auch schon 100 Jahre kennt. Da möchte ich tatsächlich mal gucken, ob das eigentlich so in Ordnung ist, wenn ich diesen Wirkstoff so in mich reinschmeiße. Und ich glaube, die Dosis ist gar nicht so gering. Das werde ich mal klären. Wirkstoff ist Wirkstoff, oder? Ja. Wahrscheinlich kommt es auch auf die Dosierung drauf an. Ja, natürlich. Aber das hast du ja auch schon mal gehabt mit deinem Blutdruck. Nee, das war keine Blutdruckgeschichte. Irgendwas war das, wo du gesagt hast, eine Vierteltablette wäre genau die Dosis. Genau. Also insofern, es gibt viele Vorteile, wahrscheinlich auch viele Nachteile, keine Ahnung. Aber ich sehe das ja, dass wenn ich mich mit meinen Tabletten in Deutschland eindecke für einen gewissen Zeitraum und die dann hier mit herbringe, das ist ja durchaus erlaubt für den Eigenverbrauch. Manchmal komme ich mir ein bisschen vor wie ein Dealer. Ja Mann, ich versorge mich ja auch. Aber das ist ja tatsächlich nur für mich. Und das ist halt deutlich günstiger, als die hier auf Gran Canaria zu kaufen. Wie es denn hier ist, wenn man hier gesetzlich krankenversichert ist, da wird ja die gesetzliche Krankenversicherung sich auch an den Medikamenten beteiligen, so wie in Deutschland ja auch. Das kann ich natürlich nicht beantworten. Wahrscheinlich wird es dann wiederum günstiger sein, wenn man das über die gesetzliche spanische Krankenversicherung... ...noch mal auf ein Medikament sprechen zu kommen. Also bei mir ist es nicht der Blutdruckssenker, sondern ein Beta-Blocker tatsächlich, den ich in einer ganz, ganz, ganz geringen prozentualen Wirkstoffkombination nehme. Wenn man das so richtig ausdrückt, ich kenne mich beim Medizin nicht so aus. Oder wenn man was anderes sagen würde. Du hast das studiert. Fachbereich jeglicher Art. Lange Rede, kurzer Sinn. Also hier gibt es das in einer wesentlich höheren Dosis, ohne ein Rezept vorzulegen. Und da musste ich mir mal eine Tablette vierteln. Und das war gar nicht so einfach, weil die hatte keine Rillen zum vierteln. Also habe ich da rumgebröselt, weil mir waren die hier ausgegangen, die ich aus Deutschland hatte. Ja, so ist das hier. Hier kriegst du alles irgendwie. Manche sagen sie zu, solange du es noch bekommst, hier ändert sich auch ständig was. Deshalb will ich jetzt mal zur nächsten Apotheke und zusehen, dass ich nochmal was... Für meine Schippe hier kriege ich. Und was auch sehr interessant ist, ich habe eine ganze Zeit lang täglich Ibuprofen nehmen müssen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Gott sei Dank habe ich hier auf Gran Canaria jemanden gefunden, so einen Schmerztherapeut. Der hat mir zwar nicht meinen doppelten Bandscheibenvorfall genommen, der ist halt immer noch da. Aber ich kann da jetzt gut mit leben, ohne Schmerztabletten nehmen zu müssen. Und erinnerst du dich, wir waren auf einer Kreuzfahrt, da waren wir glaube ich auf Lanzarote oder La Palma. Und ich hatte keine Ibuprofen mehr. Da bin ich in die Apotheke gegangen und habe mir da Ibuprofen gekauft. Und ihr werdet es nicht glauben. Innerhalb der Kanarischen Inseln war Ibuprofen auf La Palma, ich glaube um die Hälfte günstiger als hier auf Gran Canaria. Das hat mich also auch total verwundert. Ja. So hier sind wir an einer sehr sehr berühmten Apotheke. Ja hier scheint es alles zu geben. Direkt an der Cita, da gehen ganz viele Leute hin, warum weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, war aber noch nicht. Ich habe eine andere Stamm-Apotheke. Ich will da jetzt mal rein. Ja. Du musst dein Mikro mal da abmachen, nicht dass es abreißt. Genau. Und dann gehst du... Geld brauche ich. Ach Geld brauchst du auch noch. Bitte. Ach du Grünelgrütze. Na dann wollen wir sehen, ob wir noch was finden. Schauen wir mal. Bis gleich. So, wenn meine Frau jetzt da noch in der Apotheke ihre Tabletten holt, nochmal was zur Technik. Alle anderen, die Technik nicht interessiert, vorspulen. So. Das ist jetzt hier die Funkstrecke. Das ist der Empfänger. Und das sind die beiden Sender, also die Mikrofone sozusagen. Und das Schöne daran ist, das hier, das kann man verschrauben. Also das kann man nicht aus Versehen rausziehen. Das bleibt drin. Und über diesen Sender kann man zusätzlich mit dem Kopfhörer-Eingang auch noch den Ton kontrollieren. Also das Monitoring machen, sozusagen. Bist du fündig geworden? Hast du was bekommen? Ja, sollte ich euch was sagen? Ich habe das Zeug sogar doppelt bekommen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und beim letzten Mal habe ich für diesen Wirkstoff, der auch in der Zobiraxe ist, in der Herpescreme, habe ich 12 Euro bezahlt für 25 Stück. Jetzt habe ich für 2,18 Euro bezahlt. Also für 50. Sie sagte einmal, zweimal, dreimal. Wie bitte? War das im Oferta, oder wie? Nee. Ich glaube, die sind hier auch besonders günstig. Echt? Ich glaube, dafür sind die auch bekannt. Irre, oder? Nein, das ist ja Wahnsinn. Also sie unterstützt wieder das, was ich eben auch erzählte, dass die Preise hier von Insel zu Insel, nicht nur Insel zu Insel, sondern auch hier innerhalb der Gemeinde San Bartolomee der Tiorachana offensichtlich unterschiedlich sind. Naja. Muss keiner verstehen. Naja, wir sind hier an der Cedar und in der Nähe des Jumbus. Ich sage jetzt mal was ganz gemeintes. In Herpes gibt es ja nicht nur in der Lippe, sondern vielleicht hat man hier auch manchmal woanders in Herpes. Weil die Nachfrage hier größer ist, meinst du? Ich. Das war jetzt nicht nett. Achso. Ach, Herpes kann man auch außerhalb des Gesichtes haben. Oh, das wusste ich gar nicht. Naja. Blödes Thema irgendwie. Ja. Also ich bin versorgt. Aber Krankheit an sich ist sowieso ein blödes Thema. Aber eins steht mal fest, wer hier auf den Kanarischen Inseln unter diesen klimatischen Bedingungen lebt, wenn nicht auch immer, sondern vielleicht auch nur ein halbes Jahr oder weniger. Der wird merken. Oder andersrum. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die in unserem Alter sind, die so ein paar Gebrechen haben, die sich manchmal so, wo die Knochen wehtun und so weiter, die werden relativ schnell merken, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit wird relativ hoch sein, dass ihr merkt, hier lebt es sich einfach besser. Die Knochen tun nicht mehr weh. So heißt es. Weil wir überhaupt gar nicht mitreden. Ich kann überhaupt gar nicht mitreden. Ich kann mitreden. Was es angeht, dass einem die Knochen wehtun, der Rückenschmerz oder die Schulter, das habe ich alles überhaupt gar nicht, Gott sei Dank. Vielleicht bin ich einfach rechtzeitig hierher gekommen mit dir. Also mir geht es hier blendend und über das, was in Deutschland so an Gebrechlichkeiten gehärmert wird, davon habe ich nichts. Naja. Erkältung gibt es hier nicht. Wenn, bringt man das aus Deutschland mit. Ich hatte das zum Beispiel letztes Mal, als wir da in Deutschland waren, hatte ich mir eine richtig blöde Erkältung mitgebracht. Hier muss man aufpassen bei den ganzen Klimaanlagen. Da holt man sich schon mal was weg, wenn man nicht achtsam ist. So, aber ansonsten, das heißt ja auch immer, dass die Gesundheitsversorgung hier deutlich schlechter ist, als zum Beispiel in Deutschland. Das kann ich überhaupt gar nicht bestätigen. Nein. Ganz im Gegenteil. Ich musste mal ins Centrosalut, so heißt das hier. Also wenn man krank ist, geht man als erstes mal ins Centrosalut. Da wird einem ein sogenannter Hausarzt zugewiesen und der macht dann so die erste Anamnese, heißt es glaube ich. Ja, Befragung. So und dann, ich hatte zum Beispiel mit Blutdruck zu tun, das kam aber nur durch einen Zufall raus. So und dann haben glaube ich acht oder neun Schläger an mir rumgedockt hat. Also es war wirklich so, man fühlte sich total, wie soll ich das sagen, gut behandelt. Gut aufgehoben. Da war eine Aufmerksamkeit da, die ich so in Deutschland noch nie erlebt habe. Dass da acht Leute an mir ständig irgendwas gemacht haben. Mhm. Oder hast du das schon mal in Deutschland erlebt? Wegen so einer Kleinigkeit. Ich habe das hier auch noch nicht erlebt, weil ich das auch noch nicht hatte. Ich bin hier auch immer in der Klinik gewesen, aber das war eine private Geschichte, die wir auch privat abgerechnet haben. Die war dann auch, da haben sie es auch vom Lebendigen genommen, ne? Ja, da machen die das volle Programm. Mache ich auch nicht wieder, das war dämlich von mir. Ja. Da hinzugehen, weil ich dachte, oh das Beste für mich und so. Quatsch. Bei den anderen ist genau das gleiche. Was man dann nochmal abklären muss ist, was beinhaltet jetzt die Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung in Spanien eigentlich ganz genau. Das kennen wir ja nun aus Deutschland auch. Das heißt ja, der Heilpraktiker wird bei der Krankenkasse voll bezahlt, bei der wird er gar nicht bezahlt und bei der kriegt man die Hälfte. Und, ähm, also es gibt ja Beispiele genug, diese sogenannten, wie heißen die noch, Igel-Leistung glaube ich. Individuelle gesundheitliche Leistung, die man extra bezahlen muss. Gibt es halt bei der einen oder einer Krankenkasse schon inklusive. Oder das Thema Krankenhausaufenthalt mit wie vielen Leuten zusammen in einem Zimmer und, 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 und. Oder Prophylaxe. Ich sage mal, ich zahle hier für eine wirklich gute Zahnreinigung, zahle ich 60 Euro für die gleiche Leistung bei auch wirklich einem super guten, in einer super Praxis. Habe ich aber locker 110 Euro bezahlt. Ja. So ist das. Ja. Aber als Fazit kann man sagen, wer hier gesundheitliche Dienstleistungen in Anspruch nehmen muss oder möchte. Ja, ich kann das gern tun. Aus unserer Sicht ist man hier wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Genau. Selbst wenn man kein Spanisch spricht, das tun wir ja auch nicht. Wir sprechen so ein bisschen Spanisch und kommen in Restaurants auch untergleichen gut zurecht und beim Einkaufen. Aber wir sprechen kein Amtsspanisch und können uns auch beim Arzt nicht wirklich Spanisch ausdrücken. Dort ist immer jemand, der Deutsch mit uns spricht oder der übersetzt oder man nimmt halt jemanden mit. Leute. Ja. Alles möglich. Also in aller Regel ist es so, dass die Kliniken hier immer deutschsprachiges Personal auch haben. Ja, die sind ja auch Neumetscher, ne? Wäre auch irgendwie komisch, man hat hier ganz, ganz viele deutsche Residenten, viele, viele deutsche Urlauber. Ja. Viele deutsche Ärzte, die sich hier niedergelassen haben. Dann wäre es ja irgendwie an der Realität vorbei. Genau. Wenn man hier ins Krankenhaus geht und da keiner Deutsch versteht. Genau. Obwohl natürlich immer mit einem schlechten Gewissen, wenn wir sowas erzählen, eigentlich müssten wir auch mal fließend Spanisch sprechen können. Ja. Aber wir sind da zu faul. Ja. Weil man so gut zurecht kommt. Wie gestehen ist. Wir haben ja auch gedacht, man wird hier ganz viel mit spanischen Menschen zu tun haben. Haben wir in der Nachbarschaft auch. Aber unser soziales Umfeld, wir haben es bestimmt schon mehrfach erzählt, ist halt urdeutsch. Ja. So ist es. Und wenn wir mit unseren spanischen Nachbarn in der Anlage, in der wir unseren Bungalow haben, wenn wir da was zu bequatschen haben, dann geht das auch irgendwie mit Händen und Füßen. Genau. Oder mit Übersetzer. Pedalist. Ja. Ja. Aber alle diejenigen, die jetzt Kritik an Menschen üben wie uns, ihr habt vollkommen recht. Ja. gehört eigentlich dazu, dass man auch die Landessprache spricht in dem Land, in dem man sich aufhält. Ja. Und wir waren ja gestern in den Bergen und da hatten wir ja auch mal geliebäugelt, uns dort zu Eigentum anzuschaffen. Und da wurde mir klar, wahrscheinlich, wenn wir uns dort angesiedelt hätten mit unserer Casa, mit unserem Haus, dann wäre es wahrscheinlich, hätte es länger gedauert, soziale Kontakte zu knöpfen. Weil das ist auf dem Land, wirklich auf dem Land, da gibt es nicht so viele Menschen. Und dann hätte man zwangsläufig wahrscheinlich Spanisch sprechen müssen. Du hast recht. Das haben wir gestern darüber gesprochen, ne? Ja. Hier in der touristischen Zone ist einfach die Notwendigkeit nicht da. Ich kann mich an die Anfänge erinnern, das war für mich auch schon wieder total witzig, weil da habe ich mich im Restaurant abgemüht, die spanische Speisekarte zu lesen und auch Spanisch zu bestellen. Und das hat ja ein bisschen gedauert, weil es war ja sehr neu für uns. Mhm. Äh, der Mitarbeiter des Restaurants klopfte ungeduldig auf die Tischkante und sagte, nun sagt es endlich in Deutsch. Da habe ich jetzt auch, bitte nicht, ich will es doch können. Ja. Ja. So einfach ist das dann hier. Ja. Und unser Restaurant Spanisch ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn wir nichts können, aber das können wir nicht. Mittlerweile. Also du gehst jetzt in den Supermarkt und möchtest dann gerne am Fleischtresen mal irgendwie was bestellen. Gulasch zum Beispiel. Du weißt nicht, was Gulasch heißt. Dann sitzt du zu Hause in der Casa und guckst dir an, wie heißt denn das, was sind die Worte dafür. Ja. Estofado ist glaube ich Gulasch und dann möchtest du ein halbes Kilo haben und du weißt nicht, was das heißt. Dann lernst du un medio kilo, estofado, por favor. Und dann gehst du da hin und lernst es so im Kopf auswendig und sprichst das so vor dich hin. Und dann gehst du an den Tresen, ziehst deine Nummer, deine Nummer wird aufgerufen, du bist dran. Und dann in einem exzellenten Spanisch sagst du den Hola, Señor, un medio kilo, estofado, por favor. Und dann kommt eine Gegenfrage in Spanisch und zwar in der original spanischen Geschwindigkeit. Und der glaubt ja, dass ich Spanisch spreche. Und ich muss dann immer sagen, nichts verstanden. Wobei auch das wieder ein Männerphänomen ist, das klingt mir in Deutschland schon genauso. Oder du als mega Handwerker, für den du dich immer gehalten hast und im Baumarkt irgendwelche Schrauben oder was weiß ich kaufen musstest. Und auch zu Hause genau aufgeschrieben hast, dir genau gemerkt hast, was das für ein Teil sein sollte. Und dann hast du da gestanden und hat dann der Kurt vom Hage Baumarkt, so wie noch, hat dann gesagt, ja die oder die oder die oder die. Und dann hast du gesagt, ja gute Frage, gute Frage. Du wusstest es nämlich dann auch nicht weiter. Und da gab es noch keine Handys. Also ich musste zurück zur Baustelle und die Leute, meine Kollegen, die dann da mit geschuftet haben und gesagt, so wie. Der hat mich jetzt gefragt, die Hunderter Nägel in Zink oder in Stahl? Mit dem Kopf oder dem Kopf. Oder Rundkopf oder Flachkopf. Gekropfter, versenkter Kopf oder gekruppelter Zink? Stefan konnte das noch nie. Stefan ist ja auch kein Handwerker. Es war so geil, da spielst du dich als Experte für Hunderter Nägel auf. Der allergrößte ey. Und erzählst deine Bestellung und dann kommt der Experte hinter den Tresen und stellt dir eine Frage und du bist entlarvt als Nichtskönner. Ich fühle nur, dass du so eine Arbeitshose anhast. Mit einem Zollstock, weißt du, hier soll man sein, der drin. Und dann geil ist auch immer, wenn du dann in so einen Laden kommst, Handwerker gehen ja rein, suchen dann irgendjemanden, der offensichtlich aussieht, als würde er hier arbeiten. Ey Meister! Kennt ihr das? Das ist glaube ich lange her. Das macht man, glaube ich, unsere Generation. Komm mal her! Als wir 30 Jahre alt waren, Schatz. Ich glaube, es ist vorbei. Ja? Wie macht man das denn heute? Ich weiß es nicht. Heute bestellt man sowieso alles bei Amazon. Ja, ja, genau. Bei Amazon. Wo willst du eigentlich hin mit uns? Sag mal. Ich möchte doch noch einmal was gucken. Du kannst im Auto bleiben wieder. Achso. Du kannst das Fenster aufmachen. Hier haben wir übrigens eine Tiefgarage. Ich hole dir auch ein Wasser. So warm ist es jetzt. Nein, Stefan möchte nicht in die Tiefgarage. Stefan geht jetzt mit zu Zara. Ach, wieso? Ja, weil auch ich mich mal informieren möchte. So. Ich bin auf der Suche nach einer perfekten Jeans. Die werde ich wahrscheinlich von Zara auch nicht finden. Aber egal. Ich möchte eine perfekte Jeans für fast 60-jährige Frauen. Ist soweit. Die perfekte Jeans für fast 60-jährige Frauen. Modisch. Ja. Das ist ja wieder eine Parkaktion. Geil, ne? Das hättet ihr jetzt sehen sollen. Wow. Naja. Wie auch immer. Ich glaube, wir haben jetzt genug über das Thema Tabletten und so weiter erzählt. Und das Video ist ja auch wie gesagt nur das Testvideo, ob der Ton wirklich ankommt in der Kamera. Auf jeden Fall schlägt da einmal irgendwas aus. Das sehe ich. Manchmal auch rot, wenn du redest. Dann ist es übersteuert, glaube ich. Mal gucken, ob ich da nochmal was ändern muss. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für alle eure Unterstützung für unseren Kanal. Und wir schauen mal, wie dieses Jahr YouTube-mäßig enden wird. Muchas gracias auch von meiner Seite. Und ob es zu einem Einkauf kam, kommt. Vielleicht morgen. Morgen. Übrigens, eins sah schon mal angekündigt. Ich habe schon mal geguckt in die Analystics. Also in die Zahlen. Ja. Wir werden wahrscheinlich Klick-Millionäre in diesem Jahr sein. Bei YouTube. Ich habe das gespuckt gerade beim Sprechen. Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.